Und wir sind in Milton angekommen, wie man hier unschwer kennen kann. Ähm, hier geht ne Blutspur von dort hinten bis zum Haus, beziehungsweise umgekehrt. Hey. Hey, wake up! Holy shit! W-w-wait! Wer hat das Feuer? Ich schaue jemanden, der mit mir krascht. Ein Freund. Sie wird verletzt. Sie wird verletzt. Du solltest mich auch größe Mutter nennen. Ich hoffe, dass jemand dich braucht. Und wir waren hier letztens noch in diesem Haus und haben das gelootet, so wie bei sämtlichen anderen Häusern. Und ich sehe rechts unten, wir sind überladen. Ähm, ja. Ja, wir sind überladen. Überladen, genau. Ähm, wie spät ist es? Es wird Nacht. So. Wir können hier nicht schlafen. Scheiße. Ähm, cool. Und wir sind auch sehr anziehend für Wölfe, wie man da oben sieht. Drei ist das Maximum, was man haben kann. Und da, oh. Da ist dann schon, hm. Ja. Da lieben dich die Wölfe dann schon. Das Wärter, das ist weiter weiter schon. Deshalb muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Waren wir ja schon drin? Ich weiß es nicht. Ich habe zwar gerade die letzte Folge geschnitten, aber... Ich habe es mir nicht durchgeschaut. Nö, sieht nichts aus. So. Zusätzlich glaube ich, dass wir eine Konfrontation mit einem Wolf nicht mal überleben würden. Glaube ich. Buch nach dem Buch. Ja, ich weiß, wir sind überladen. Ich nehme trotzdem alles mit. Hier geht es raus. Okay. Streichhölzer. Toaster. Toll. Faut. So. Wieder schön alles looten, wie sich es gehört. Wenn man auch was finden würde, wäre es ganz toll. Ein bisschen Stoff. Ja. Ganz guter Stoff. Nein. Du legst... Ganz bestimmt nichts ab. Äh... Haben wir... Haben wir die Stoff? Ja, ja. Okay. So. Leer. Leer. Das hier noch. Das hier noch. Oh, ein Brandbeschleuniger. Und das hier noch. Kochtopf. Kochtopf. Haben wir glaube ich schon zwei. Glaube ich. Die letzte Aufnahme ist über eine Woche her. Ja, wir haben ein Bett. Das finde ich ganz sympathisch. Cool. So. Schublade ist leer. Ja. Nix. Toilette. Nix. Es ist sehr dunkel hier drin. Vielleicht weil es auch gerade dunkel wird draußen. Bett, Bett, Bett. Ja, ist nur ein Bett. Ein Buch. Ein Plastikwälder. Bankschließfach Schlüssel 7. Ein Schlüssel zu einem Bankschließfach öffnet ein Schließfach in der Bank. Bankschließfach steckt in drei Zeilen dreimal drin. Ja. Ein Stapel Papier. Cool. Da ist Ziel. Öffne Bankschließfach Nummer 7. Ja, ich weiß, dass es ein Bankschließfach ist. Mittlerweile. Ich lege noch mal ganz kurz ein bisschen was ab. Hier geht es raus. Okay. Schon immer. Auch vorhin schon. Wir haben die Lebensmittel, die ich nicht mehr essen werde. Ah, naja. Kaffee. Könnte man schon noch konsumieren. Aber, hm. Na, wie halte ich mal. 0,04 Kilo. Ist nicht die Welt. So. Kochtöpfe haben wir drei. Wir brauchen nur zwei. Eine Dose. Ja. Mh. Wollen wir eigentlich nicht. Steine. Neun Stück. Nöööö. Ähm. Metallschrottsplitter. Ja. Metallschrottsplitter. So. Kann man noch was anziehen. Nein. Das Zeug, was ich nicht an habe, kann ich weglegen. Das ist so. Ist für nix. Und. Äh. Jetzt haben wir noch 30,75 Kilo. So. Erstmal noch was. Ein Kilo. Ist mal gleich ein Kilo leichter. Und. Trinken tun wir auch noch was. Und dann legen wir uns schön schlafen. Wie wärs mit. Mit. Zehn Stunden. So viel würde ich auch gern schlafen jeden Tag. Geil. Verstauchungsrisiko. Schön. Schön, schön. Es ist dunkel. Wir haben Hunger und wir haben Durst. Und es ist arschkalt draußen. Das. Sehe ich auch. Beziehungsweise höre ich auch. Ähm. Zerleg mal halt mal was. Weil wir haben ja eh Zeit. So. Ja, was denn. So viel hat's denn nicht mehr. Ein paar Gedärme kannst du noch essen. Von mir aus. So. Haut und Darm. Oh, ja, ja, ja. Ich seh's. Ich esse mal ein Jokoril. Das andere würde ich gern vorher warm machen. jetzt wird es auch schon langsam wieder hell trinken wir noch mal einen schluck ist mir auch schon 10 kg leichter und wir haben jetzt noch mal einen geruchsbalken heils wir brauchen nicht mehr duschen gehen heilige scheisse war ich dann noch nicht hier vielleicht war ich hier schon wahrscheinlich war ich ja hier war ich brauche was zu essen jetzt noch ein wolf kommt dann bin ich immer ganz froh so schauen wir mal in das bankschlieffach rein vielleicht ist da ja was zu essen drin denke ich zwar nicht aber nur 7 ist das draußen warum habe ich die handschuhe nicht mitgenommen ist meine rätsel wo war denn das die schließfläche sind doch hier oder sind die sind die auf der außenseite könnten kartons erlegen aber es bringt mir hat sich wenig toll ich schau mal raus hier ist nix speichervorgang ok toll ich müsste gern wo das ach bankschlieffach ich bin behindert nicht post mach ich da schon drin ich denke nicht ich hoffe nicht so jetzt sind wir dann genau gleich im bruchboden ja drückend leder ja ganz guter stoff mal wieder das schrott und brett holz steichhölzer zeugs da liegt ein pinsel gut ansonsten nicht sonderlich vieles und ich bin schon wieder überladen ja träumchen das hat genau gar nichts gebracht holz haben wir aber ansonsten was ist denn so schwer achso 38 zweige und 8 bücher toll der turnert mich jetzt aber nicht mehr äh da kann man auch raus vielleicht können wir gleich ins nächste Haus rüber oder wir laufen direkt in den wolf rein das könnte natürlich auch sein oh ja holz toll ich brauche etwas zu fallen ich bin jedes mal wieder angst dass wir irgendwo dass irgendwo einer sitzt hier ist ein rucksack ich würde mich so erschrecken so oben wo ist da ja jawoll dann fangen wir wieder mal zum durchsuchen dann fangen wir wieder mal zum durchsuchen wasserreinigungstabletten ja die habe ich noch nie gebraucht aber ja nichts ich kann immer mehr füge sehr spitzenfüßig jawoll genau 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 ähm hm 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 die waren zwei weiter drüben zerlegt Dose schön Stuhl toll hier waren wir eh schon ja natürlich waren wir schon da ja spielzeug auto schräg 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 traktor ich glaube das ist ein traktor soll ein traktor sein irgendwie sowas ja ist ein bisschen zu länglich aber okay boah junge dachte ganz kurz das wäre ein kind das wäre dann ja bei ähm plastikbehälter mit getragenen socken toll da hinten da machen wir was aber das ist anscheinend nichts auch gut so zwecks klamotten boah jo ne schöne haupe all ich kann denken ist food food schon mal auch andere oh ja oh ja ich glaube ich lass die mal also wie hier so ich möchte gerne in den keller runter naja obwohl eigentlich nicht ja toll danke und das finden wir wieder im haus der alten dame ähm das sieht ganz gut aus denke ich boah jo achso sah kurz komisch aus nein nicht zerlegen stuhl toll stuhl vor allem ne bank oh ja haben wir noch was was schönes was schönes was ist denn da hinten achso ist die lampe eine ersterflasche darunter noch was nein zeitungspapier gipfelbrause schön beton oh ja 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 das wird reicheisen reicheisen so eine mikrowelle haben die auch eine tasse kaffee kräuter kräuter tee schön metallregal auch immer wieder schön hier 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 mal auf hier kasse ist leer ok ähm das kann jetzt eine welle daran ich lebe die kräuter sie hat noch für habe Da sieht man, wie wir am Stunden handeln. Ach komm! Jawoll. Bargeld. Hui. Noch mehr Bargeld. Noch mehr Bargeld. Toll. Locked. Ich kann noch nicht hier rein kommen. So. Pfauut. Ein Besen. Toll. Der haut mich richtig nach vorn. Ich sehe hier nur sehr wenig. Ähm. Auch das so, wenn ich alles nur ein bisschen überfliege. Weil ich das wirklich genau absuche. Dann brauche ich ewig. Hier haben wir schon geschaut, ne? Ja. Okay. Dann haben wir noch mal ganz kurz was zu snaggen rein. Was haben wir denn da schönes? Mit der Regel. Ich esse den mal. Ich gehe das Risiko ein. Dann die Spitzenviersiche. Sind bestimmt die Spitze. Schön. Dann. Hab ich ja noch Hunger, ne? Haben wir uns mal das rein. Und dann geht das schon. Ja. Gut. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Die ist dann in zwei Tagen. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.